Herzlich willkommen aus dem Urlaub. Ich möchte heute euch mal sagen, was ich nachgekauft habe. Das sind nämlich zwei Aktien. Und wie wir schon sehen, der Markt fällt jetzt eigentlich schon die ganze Zeit. Bei Barons geht es jetzt darum, ist es ein Bärenmarkt und wie lange haben vergangene Bärenmärkte gedauert. Ich würde ja auch davon ausgehen, dass es jetzt erstmal noch so bleibt, dass es weiterhin fallende Kurse gibt. Aber nichtsdestotrotz ich hier mal was von Crayham zitieren und das kennt ihr ja schon von meinem Blog. Art Investing isn't about beating others at their game. It's about controlling yourself at your own game. Kommen wir zu den zwei Aktien, die ich nachgekauft habe. Los geht's. Und bevor ich direkt auf die Aktien eingehe, nochmal ein Zitat hier von Crayham. In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it's a waiting machine. Wenn ihr jetzt auf Instagram hier folgen würdet oder folgt, dann habt ihr oder hättet ihr schon gesehen, was ich hier zuletzt gekauft habe. Ich poste jetzt hier immer mehr und relativ viel. Also für euch lohnt es sich, dort mal vorbeizuschauen. Die erste Aktie, um die es geht, ist PingN. Und dann, über die habe ich schon öfters gesprochen, die haben jetzt ein Forward KGV aktuell von ungefähr 7. Eine Dividendenrendite von 7,6%. Ich habe mir noch ein bisschen was aufgeschrieben. Ich habe die also bisher zweimal gekauft, im August und Oktober 2021. Das waren insgesamt 400 Stück. Und jetzt habe ich nochmal am 13.05. 600 Stück nachgekauft. Ich habe jetzt 4.000 Stück zu einem Durchschnittskurs von 5,96 Euro. Wie schon gesagt, das KGV im letzten Jahr war bei 8. Vorwärts ist es ungefähr bei 7. Dividendenrendite ungefähr 7,6%. Und wir können uns hier bei PingN auch die Präsentation anschauen, der Investors Relations. Und dort ist es so, wenn wir jetzt RemnB umrechnen in US-Dollar, dass sie im Quartal 6,9 Milliarden Umsatz gemacht haben und ein Gewinn von 1,95 Milliarden. Und jetzt schauen wir uns hier mal die Präsentation an. Dort interessant habe ich mir notiert die Seite 4. Hier ist wichtig im Quartal ein Wachstum im Jahr von 10% zum Vorjahresquartal. Und was auch noch interessant ist, war jetzt hier die Seite 12. Also Umsatz um 10% gewachsen, Net Profit um 27%. Das heißt, PingN ist hier weiter gut auf Kurs, attraktive Dividende, attraktives KGV. Und deswegen habe ich jetzt nachgekauft, egal was der Markt macht. Wenn der Markt fällt, bieten sich natürlich hier eher Chancen für Value-Aktien, die zu kaufen. Und das habe ich jetzt hier bei PingN getan. Bevor wir uns den Portfolio Performance nochmal anschauen, das jetzt so eine Gewichtung ausmacht in meinem Portfolio PingN nach dem dritten Nachkauf, kommen wir erstmal hier zur zweiten Aktie, die ich nachgekauft habe. Und das ist Turxel. Bei Turxel ist es so, da hatte ich bisher einmal nur gekauft, im Februar diesen Jahres 600 Stück. Jetzt nochmal 600 Stück nachgekauft, sind 1200 Stück. Die handele ich oder habe die in meinem Depot bei Trade Republic. Habe da jetzt 1 Euro Ordergebühr bezahlt, um bei Lange und Schwarz zu kaufen. Könnt ihr gerne mal in die Videokommentare schauen. Beziehungsweise nicht in die Kommentare, sondern in die Videobeschreibung. Dort gibt es den Link zum Trade Republic Depot, wenn ihr eins eröffnen wollt. Hier bei Turxel ist es so, größer Telekommunikationsanbieter in der Türkei. Wir kommen nochmal zu dem Thema Inflation und Währungsschwankungen oder Währungsabwertungen. Aber zu sagen gilt erstmal, sie hatten 2021 einen KGV von 8, haben jetzt wieder einen KGV von 8. Zur Dividende, das ist nicht ganz so einfach vorhersehbar, weil sie das nicht immer jetzt linear machen mit einer jährlichen Steigerung, zum Beispiel um 3%, sondern sie sagen, sie schütten 50% vom Nettogewinn aus, was ja erstmal gut ist. Und da habe ich mir hier natürlich auch schon mal angeschaut, dass Q1, beziehungsweise jetzt die letzten Zahlen, da ist zum Beispiel der Umsatz gestiegen um 37%. Das liegt aber vorwiegend auch eben an der Entwertung der Währung, dass dort durch die Inflation Kosten steigen. Dann müssen auch die Preise für die Konsumenten erhöht werden, auch in der Telekommunikation. Und das allein führte schon zur Umsatzsteigerung. Der aktuelle Kurs zum US-Dollar ist 16 türkische Lira, sind 1 US-Dollar. Das heißt, umgerechnet haben sie einen Umsatz gemacht im ersten Quartal von 668 Millionen Dollar, einen Gewinn von 50 Millionen Dollar und aktuell kostet Turkcell 2,6 Milliarden US-Dollar an der Börse. Wenn ich jetzt dieses eine Quartal hochrechne aufs Gesamtjahr, komme ich auf einen Gewinn von 200 Millionen, das wäre ein KGV von 13 und die Hälfte davon als Dividende wäre eine Dividendenrendite von 3,8%. Das ist auch das, was auf vielen Wettseiten steht. Bei anderen stehen die ungefähr 10% diesem letzten Jahr gab. Ich gehe jetzt auch hier eher Richtung 10% aus, weil so ist ja auch bei Seeking Alpha das Vorwort KGV bei 8. Ich gehe davon aus, dass die anderen Quartale besser laufen als jetzt nur das erste Quartal. Hier zur Präsentation, das ist die Präsentation vom Investor's Day vom Mai 2022, also top aktuell, wollte ich euch hier nur noch zeigen die Seite 38. Das scrollen wir jetzt mal hin. Wir klicken uns hin. Hier können wir nochmal gut sehen, Average Revenue per User versus Inflation. In gelb sehen wir die Inflation und hier in blau den Average Revenue per User. Da ist ersichtlich, dass sie hier seit dem ersten Quartal 2019 es geschafft haben, bis Ende 2021 mit der Inflation mitzugehen. Das heißt, sie konnten die Kosten einfach weitergeben und die Preise steigern. Wir sehen jetzt hier im letzten Quartal, wie hier nochmal die Inflation nach oben geschossen ist. Bisher konnte das nicht über die Umsätze kompensiert werden. Ich gehe aber davon aus, dass das passieren wird und hier der blaue Faden auch noch nach oben geht. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, die Seite 56. Da gehen wir auch noch hin. Hier nochmal das Währungsthema. Also jetzt ungefähr US-Dollar zur türkischen Lira 16 und hier 2019 war das ungefähr bei 6. Das gleiche natürlich hier zum Euro. Also massive Entwertung hier der türkischen Lira. Es ist aber eben so, dass Turkcell das kompensieren kann. Sie haben auch Fremdkapitalschulden in US-Dollar. Sie haben Hedging. Also sie haben da verschiedene Mechanismen, damit das nicht wirklich negative Auswirkungen hat. Ich habe hier ein Problem übrigens im Portfolio Performance, seitdem ich jetzt im Ausland bin, dass hier die meisten Kurse vom 12.05. sind. Das ist hinterlegt. Wir können mal hier bei China Mobile schauen als Beispiel. Könnte mir vielleicht gleich mal helfen. Das ist hinterlegt mit dem Symbol, so hatte ich es jetzt die ganze Zeit, und Yahoo Finance und es gibt überhaupt keine Kurse. Keine Ahnung, woran das liegt. Deswegen ist jetzt hier die Rendite nicht wirklich richtig. Aber wir wollen ja hier in die Bestände schauen. Also Turkcell ist jetzt hier kurz vor der 3%-Schwelle. Und Ping-An ist jetzt hier 1, 2, 3, 4, schon die 5 größte Einzelposition ganz knapp jetzt vor. Fuck, jeder. Okay, so viel dazu. Ich mache jetzt so weiter Urlaub. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war interessant. Schaut mal bei Instagram vorbei. Abonniert den Kanal. Und ich sage danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.